Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um Hardcore-Bits. Hardcore-Bits hören sich richtig hardcore an, sind aber gar nicht so schlimm. Warum machen wir das? Weil Nachrichten nicht zufällig erzeugt werden. Das heißt, wenn ich eine Nachricht M habe, zum Beispiel Hallo, dann ist Hallo wahrscheinlicher als zum Beispiel das da. Weil das irgendwie kein Wort in der deutschen Sprache ist oder in der englischen oder in anderen vielen Sprachen. Naja, deswegen haben wir Wörter, die häufiger sind oder Sätze, Nachrichten, alles ist teilweise häufiger als anderes. Und ja, jetzt überlegen wir uns zu sagen, wie wir das Ganze bekämpfen können. Das heißt, wir haben jetzt hier diese Nachricht Hallo. Wir wollen aber, dass diese Nachricht zufällig aussieht. Was wir also machen ist, wir wählen uns irgendwas Zufälliges hier und verstecken unser Hallo hier drin. Und einfach H-A-L-O und so weiter. Äh, L-L-O. Genau. Das Problem ist, wie verstecken wir oder was für Bits können wir hier drin verstecken? Und das sind die sogenannten Hardcore-Bits. Diese Bits kann ich verstecken, ohne dass sie danach irgendwie Rückschlüsse auf meine Nachricht geben. So, jetzt erinnert ihr euch wahrscheinlich oder hoffentlich zumindest alle noch, was eine Einwegfunktion ist. Das muss ich noch ganz kurz erwähnen. Eine Einwegfunktion f von x, die ist extrem leicht zu berechnen. Also das liefert mir halt einfach mein y zum Beispiel. Aber wenn ich mein y habe und mein x nicht habe, dann kann ich mein x nicht wieder rausfinden. Das heißt, das ist sozusagen eine Art Hash-Funktion, aber nicht ganz eine Hash-Funktion, denn Kollisionsresistenz muss nicht gelten. Das heißt, ich kann hier durchaus noch ein f von, ups, das sollte natürlich da bleiben, f von x Strich, was ein anderes x ist, kann ruhig mein y sein. x Strich kann auch ungleich x sein, das ist nicht unbedingt irgendwie wichtig oder so. Es ist nur wichtig, dass ich von y nicht mehr auf x Strich bzw. auf x zurückkommen kann. Das macht eine Einwegfunktion aus. So, jetzt nennen wir einfach mal unsere Einwegfunktion f und schauen uns mal das Problem an, wenn wir was, sagen wir mal, zufällig oder nicht zufällig wählen. Also wir haben jetzt einfach mal hier eine Einwegfunktion und jetzt bauen wir uns daraus einfach eine neue Einwegfunktion. Die nimmt ein x und ein r und diese Einwegfunktion berechnet uns jetzt einfach ein Tupel aus zwei Werten. Einmal f von x und einmal r. So, das ist immer noch eine Einwegfunktion. Das Problem ist, wir wollen mit dieser Einwegfunktion Krypto machen und das geht natürlich nicht, dass hier Teile rauskommen. Sagen wir mal, hier haben wir die Nachricht stehen, dann kommt die Nachricht da raus. Das heißt, was wir hier sehen ist, unsere Einwegfunktion, die kann durchaus noch Informationen über gewisse Bits raushauen lassen. Das heißt, dieses R hier ist einfach öffentlich sichtbar. Das ist einfach absolut nicht sicher verschlüsselt und das ist halt ein Problem. Und was wir deswegen machen ist Hardcore-Bits. Diese Hardcore-Bits sind ziemlich geil. Sozusagen ein Hardcore-Bit von f von x, also von einer Einwegfunktion f und einem x. Wenn wir das haben, dann können wir, wenn uns auch noch das Hardcore-Bit hier mit b von x beschrieben. Also wir haben das Hardcore-Bit b, das ist nur ein einzelnes Bit, eine 0 oder eine 1. Und dieses f von x hier, wenn wir diese beiden Sachen bekommen als Angreifer sozusagen. Ups, das soll ein großes a für Angreifer sein. Das heißt, wenn ich den Angreifer-Algorithmus damit starte, mit f von x und b von x, dann kann... Äh, Quatsch, a bekommt b von x, nicht a soll b von x berechnen. Und a kann jetzt tatsächlich, wenn er f von x hat, also wenn er x hat, dann ist es natürlich leicht, weil das Hardcore-Bit auch effizient berechenbar ist. Aber, wenn er nur f von x bekommt, dann kann er nur raten, ob dieses Hardcore-Bit b jetzt 1 oder 0 ist. Und jetzt müssen wir uns noch überlegen, okay, was ist jetzt auch tatsächlich ein Hardcore-Bit zu dieser Funktion f und zu diesem x? Was ist da tatsächlich ein Hardcore-Bit? Wir können es ja immer noch nicht berechnen. Aber das ist so der Grundgedanke, wenn a f von x kriegt, dann kann er b von x nur raten. Also b von x ist das Hardcore-Bit. Ich schreibe es jetzt mal hier oben noch hin. Hardcore-Bit b von x oder einfach nur b. Und, ähm, ja, x ist dann in dem Fall beliebig. Okay, kann nur 0, okay, kann nur raten. Ich habe es heute nicht so mit dem Tippen, wie ihr seht, ich sollte heute definitiv keine Programmiervideos aufnehmen. Gut, also, wie können wir jetzt dieses Hardcore-Bit berechnen? Der, ähm, ja, der Satz stammt von Goldreich und von Lewin. Das solltet ihr euch vielleicht merken, wenn ihr das Ganze in der Vorlesung hört. Ähm, und ich werde euch auf keinen Fall den Beweis antun, weil da bin ich wahrscheinlich eine ganze Serie damit beschäftigt. Und der ist echt riesig. Ich habe ihn mir mal angetan, aber ich habe, glaube ich, auch noch die Hälfte verstanden. Zumindest, äh, kam es mir so vor. Auf jeden Fall, was dieser Satz besagt, ist folgendes. Ähm, wir haben jetzt hier ein b von x, r. Stellt euch das einfach so vor wie hier oben im Prinzip. Wir haben auch hier eine Funktion, die von x und von r abhängig ist. Und was jetzt hier für ein Hardcore-Bit ist, kann man einfach als Skalarprodukt aufschreiben. Das ist jetzt Skalarprodukt von, ah, das ist doof, weil ich hier oben das Ganze als Tuple, äh, hingeschrieben habe. Also schreibe ich jetzt hier Skalarprodukt von, ähm, x und r. Das heißt im Prinzip einfach x1 mal r1 plus x2 mal r2 und so weiter und so fort. Und das Plus sollten natürlich oben hin. So, ich schreibe jetzt hier ein Punkt, 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 plus, das sollte bitte auch nicht da unten stehen. So, äh, ich hab das kurz mal vervollständigt. x1, r1 plus und so weiter und so fort. n ist einfach, das sind ja Vektoren hier. Also wir haben ja im Prinzip das Ganze als Vektor. Die Nachricht besteht aus n Bits. Wir können ja jede Nachricht als Bit-String sozusagen schreiben. Und das ist einfach die Länge der Nachricht. Und mein Zufallswert muss genauso lang sein, sonst kann ich kein Skalarprodukt berechnen. So, und jetzt haben wir hier allerdings das Ganze als Bit. Wollen wir es am Ende haben. Das heißt, wir rechnen hier Modulo 2. Also entweder ist es 0 oder es ist 1. Es ist gerade oder es ist ungerade, sozusagen. Und das ist tatsächlich ein Hardcore-Bit zu dieser Funktion f von x, die wir hier nicht mal verwendet haben. Der Witz ist, er kann sogar r bekommen. Also das heißt, mein Angreifer bekommt jetzt nicht nur f von x, sondern er bekommt auch noch r im Klartext. Also im Prinzip wie hier oben, er bekommt beides. Das ist das Coole dran. Und er kann trotzdem nur raten, was b von x, r ist. Und das ist im Prinzip nur das Skalarprodukt davon. Das heißt, hier passiert wirklich Magie sozusagen, weil ich euch den Beweis nicht antue. Und ihr müsst mir das jetzt einfach glauben, dass man hier dieses Hardcore-Bit nicht mehr effizient berechnen kann. Wenn ihr tatsächlich mal Bock auf den Beweis habt, dann ist es wichtig, dass ihr das Ganze als Reduktion auf die Einweg-Funktion, also die Einwegeigenschaft hier von f, baut. Und ja, das Ganze dann quasi als Reduktionsbeweis. Aber wie gesagt, er ist nicht so spaßig. Genau, okay. Das heißt, wir haben hier wirklich jetzt ein Hardcore-Bit, was man, selbst wenn man f von x hat und man hat diesen Zufallswert r, man kann dieses Hardcore-Bit nicht berechnen. Und was wir damit machen, das sehen wir im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Lasst ein Like da und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.